servus und hallo zu wie heißt stella wir sind hier weiß nicht wo wir sind ist diese alte ruine was ist es ja hierauf dieser hebel geht er hat hier was aufmacht er geht zumindest dahin folgen einfach mal dem licht hier so offen ich kann wieder was einsammeln aber warum was bringt das was bringt mir das wenn ich das blaue zeug da einsammelt das habe ich noch nicht verstanden ich meine ich sammels ein weil er kann es halt einsammeln aber so richtig verstanden habe ich weiß nicht was das macht ist das wieder so pseudoboss area hier wir sind wieder die beten doch schon wieder irgendein schmarrn an heute was ist los mit euch die verneigen sich ja verneigt euch mal was immer mit los ist was ist ich habe drei hebel moment erstmal die dinge da kann mir umschauen nein kann ich nicht hier ist die welt nach unten das waren auf dem dritten teil sehen immer was da zu sehen war die welt nach unten aber in der mitte und hier habe irgendwie so keine ahnung spannend was macht es ach wieder so drei rätsel okay soll wahrscheinlich irgend so symbol am schluss ergeben wohl nicht weiß welches das sieht richtig aus die haupte jetzt mal was drehst du noch mal das innere aber es hat doch schon richtig ausgesehen oder so ist ja irgendwie nicht so richtig glaube ich okay immer einmal einmal kurz drehen und das andere dreht das ganz äußere wahrscheinlich ich glaube das innere sieht schon irgendwie richtig aus ach das dreht das innere dann war das innere auch nicht richtig ok macht es irgendwie sinn hm was sollen wir die symbole auf die säule sollen sagen wo sieht es irgendwie auch komplett falsch aus ach der batch möchte einen raub machen moment ok welches symbol soll das am schluss werden ich verstehe es noch nicht es dreht das ganz innere was dreht das äußere das äußere ist wahrscheinlich fest das dreht das irgendein symbol soll es ja ergeben am schluss er stoppt das war das ganz innere das außen ist fest okay das müsste das zweite sein von außen oder ja machen wir mal das wunderbar ja das sieht doch schon gut aus irgendwie hätte ich jetzt gesagt ich drehe das innere nochmal und dann müsste es ja eigentlich passen also dann ergibt es zumindest ein Bild ja wunderbar das leuchtet erstmal das natürlich bist du jetzt eine treppe ah ok dachte schon müsste alle rauf springen in die treppen kann er einfach rauf gehen ich habe keine ahnung was hier gerade passiert oder warum was passiert aber scheint schon richtig zu sein ja ok ja ja was passiert hier okay erungen schafft ende der welt war es das schon das spiel zu ende es sieht so ein bisschen nach schluss aus du bist ja natürlich natürlich bringt ihr mich um die die laser dinge teile da ganz klar bleibe lieber erstmal hier unten mir was machen ok hier geht es aber auch nicht weiter dieser hebel dass man tatsächlich jetzt erstmal nichts bringt so war es ja vorher einmal darüber zweimal darüber jetzt dreht er wieder zurück das verstehe jetzt gerade überhaupt nicht komme hier weiter nein kann ich nach vorne gehen nein was passiert wenn ich den hebel in die andere richtung drehen war genau dasselbe verstanden es war doch es war ziemlich durch da ändert er die lichtbrücke da alles klar ja du kannst hier zuerst mal dann ist ja die hier der hebel dem machen wir hier hin ja jetzt ist hier lichtbrücke wo wo ach die scannen die bilder da weg du scannst auch das bild wahrscheinlich ok wie lange scannst du das bild ich bin ja tot wenn mir das erreicht wo ist der trick bei zu langsam über wahrscheinlich einfach zu langsam einfach ganz schnell dran vorbeilaufen muss man schauen ob das zeitlich geht ich kann drüber springen ok gut ja weg wo schütt okay nicht so als netto ach der muss das einmal scannen dann ist das aktiviert oder ok ja dann wo fliegst du jetzt hin aber keine ahnung ob das richtig war was ich da mache offensichtlich ok das ist jetzt schon ne also ich glaube wirklich näher uns allmählich dem spielende story ist jetzt war jetzt hier optional aber ist ja wurscht ok und wohin ok dieser tür geht er rein so ok ich sehe noch nicht was mir das bringt alles klar stopp er bringt mir einfach alle um ok ja passt hätte ich auf das teil da drauf müssen ich spring da mal drauf wenn es kommt ja ich bleib hier gut ach der alles klar ja stopp einmal drüber dann zurück und in die andere Richtung drauf. Wenn ihr so richtig verstanden habt. Einmal drüber. Dann zurück. Und in die andere Richtung drauf. Okay. Kann nicht gehen. Drüber und nach rechts laufen. Du scannst das. Nicht so cool. Und du da hinten bringst mich gleich um. Ist auch nicht so cool. Ha. Hier hin. Okay. Du fährst mit zum nächsten. Das ist echt ein bisschen verplant. Gerade. Aber. Warum nicht zur Sci-Fi City hier. Okay. Okay. Hier ist irgendein Hebel. Wo ich irgendwas tun muss. Okay. Was ändert sie hier? Erstmal nix. Wir kommen hier auf die andere Seite. Ich muss das Teil dafür schieben wahrscheinlich. Oder? Hätte ich jetzt gesagt. Das da rüberschieben. Oder? Ich komme hier auf. Okay. Sehr gut. Ja. Ok. So, machen wir diesen Abschnitt auf. So, was uns bei dieser Lichtbrücke erwartet, seht ihr aber das nächste Mal. Vielen Dank fürs Ansehen.